Wir haben keinen Platz für einen Weihnachtsbaum, deshalb machen wir so einen Anliebern. Ich habe so 1 Euro Lichterketten gekauft. Ich hoffe, die geben mir keinen Stromschlag. Wir brauchen Tesa. Check. Aber doch, doch, ich mag schon Geschenke. Ich wünsche mir einen Freund. Ich wünsche mir nicht alleine zu sein. So ein Dreikleben. Jetzt die Reißzecken reinstecken. Das Beste an Weihnachten ist Weihnachtsmann und Coca-Gee. So die Girlande drum machen. Scheiße. Ich habe es noch dekoriert. 3, 2, 1. Oha. Das sieht voll geil aus. Das ist schon ein bisschen hässlich. Ich finde es gut. Merry Christmas. Speichere euch das Video, macht das.